Oh, oh! Wann werden die denn hochgeladen? Das war doch... Naja. Ach, guck mal. Da sind ja gar nicht so wenig Punkte. Naja, eigentlich schon. Wenn man nur nimmst die zweite Auszeichnung. Äh, kein Kommentar. Boah, guck mal. Oh. Guck mal. Oh, oh. He is bluting. Oh, he is dead. Ne, doch nicht. But he is bluting. Jetzt is he dead. Oh. Das ist richtig. Folgt uns auch keiner? Nö. Oh gut, ich hab jetzt auch... Ich kann mich gar nicht wehren. Hm? Do-san should be laid to rest at home, in the shrine. I'm a shame that we must leave him out here. Alone. Mhm. So. Oh. So, und damit dann... Ja, wohin muss ich? Hä? Hä? Where is he going? Ach so. Ach so. Was? Benutze die Markierung der A... Ich glaube, wir sollen... Boah, ich kann gar nicht so viel denken und lesen gleichzeitig hier. Entkomme den... Stalker... Äh, Stalkern. Äh, entkomme den ersten Stalker, ohne entdeckt zu werden. Na, das kommt, das kriegen wir hin. Was zum... Was bist du denn für einer? Ach so, es muss aufgeladen werden. Komm! Ach, den ersten... Den ersten Stalkern... Äh, Mehrzahl. Fuck. Umgehe alle Banditen, ohne Schaden zu nehmen und töte fünf Feinde mit Fallen. Ich weiß nicht, wo ich hier hinspringe. Aber anscheinend war es gut. Wer? Was? Was ist das denn für ein... Geräusch? Hä, hä, hä... Ach, komm schon. Ja, töte mich halt mit was auch immer für futuristischen Sachen du da hast. Oh, das war ja cool. Das war ja abgekürzt jetzt. Nack. Bin ich schon durch, wo muss ich hin? Nach unten. Und ich bin oben. Finde den Fehler. Ah. Naja, vielleicht. Was? Da oben ist doch was ganz Nettes, das ich ganz gerne hätte. Hätte ich jetzt auch mit meinem Sprung drankommen können, wollte ich aber nicht. Sind jetzt immer noch Stalker da? Bäh. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Möchte gerne da. Oh, man. Diese Geräusche, die die machen. Was sind denn das für Viecher? Das sind doch Aliens, ey. Boah, Stefan, du bist so gut. Ausnahmsweise. Ich würde gerade sagen, das ist dumm, da lang zu laufen jetzt. Egal, gut, wie das gespeichert wurde. Boah. Fum, fum, fum. Gut, ich hätte auch den langen Weg nehmen können, aber der ist ja auch langweilig, ne? Das war doch sowas von klar. Okay. I see what I did. Was? Nein, Moment. Ich muss, ich weiß. Was? Ich nehme schon über eine Stunde auf. Naja, egal. Ich, ich bin doch... Aaaaaaah. Und noch einmal. Aufziehen den ganzen Scheiß, weil es so ein unfassbar schöner Spaß ist. Und rennen. Sag mal! Das ist doch unlustig. Dann habe ich eine andere Idee. Dünn. 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 Na gut, dann halt hier hin. Da. Äh. Äh. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Äh. Da, ne. Das ist... Das ist scheiße. Scheiße. Da bin ich mir ganz schön sicher. Das ist scheiße. So sollte es doch aussehen. Hm. Oh. Ja gut, doch ist er auch nicht schnell genug für der Sack. Äh. Ähm. Hm. Das war mein Plan. Hä, 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 hä. Umgehe, die Bandien ohne Schaden zu nehmen. Bä, 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 da, da. Auch wenn ich Schaden genommen habe, weil ich ja sofort gestorben bin, wenn ich Schaden nehme. Ja, egal. Aber, hä? Ich hab doch... Na ja, egal. Wo muss ich jetzt hin? Da. Oh, 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 oh. Ich bin weg. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ah, scheiße. Ich bin gar nicht da. Oh, danke, dass man da drauf stehen konnte. Das war jetzt... Nö, nö. Ja, klar. Ach, leck mich doch. Äh. Ach, Schaden zu nehmen. Mh. Mh. Ja, äh... Okay. Was? Das ist ja eine Frechheit. Ich kann nicht geräuschlos töten. Ja, dann nehme ich halt den Umweg hier übers Dach, ne? Gut. Da war ja dann auch mein Schaden genommen. Gewesen. Da muss ich sowieso nicht hin. Au. Sag mal, ist denn der? Boah, was? Boah, was? Was? Achso, ich kann ja nicht geräuschlos. Hey. 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 Ich will... Hey. 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 Was? Wie gay ist das denn? Achso, scheiße. Na, ich wusste doch, da muss doch ein Haken bei sein. Ah, nee. Ach, komm. Opi, das ist... Ich hab keinen Plan, wie ich das... Hey. He's here. Ich hab mir jetzt alles egal. Alles, ich hab mir jetzt egal. Alles. Bah. Zum Deivel. Ich hoffe, das war gut. Ja, war's. Boah, krass. Oh, fuck. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Oh, ja, okay, doch. Hm, ja. Gut, das wusste ich jetzt nicht, dass die mich... ...immer sehen... ...können. Die riechen mich praktisch. Geil, dass das jetzt funktioniert hat. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet. Ich dachte jetzt, ich muss die... ...ich muss die irgendwie da drauf locken. Oh, umso besser, ne? Umso besser. Oh. Das war relativ, äh, äh, einfach jetzt. Wow, 1000 Punkte. Der Weg zum Hügel. Ba-ba-ba-ba-bonus-Level. So. Hm. Nee, ist klar. Da kommt was. Ah, das können wir als Aufzug benutzen. Hoffe ich. Gut, dauert ein bisschen, aber... ...pfff, mein Gott. Kann ja nicht alles haben, ne? Da, guck mal, da haben wir schon den ersten Erfolg. Ist ja auch was Schönes, ne? So. Oh-oh. Ja. Hm. Und damit, äh, kommen wir hier nicht mehr weiter. Aua. Wie soll ich... Hallo? Da kann ich mich ja... ...aber so schnell kann ich doch gar nicht. Hm, natürlich. Ja, dann, äh, auf ein Neues, nicht wahr? Hat er mich trotzdem... Ja, das dachte ich mir nicht. So schnell komme ich dann nämlich nicht durch. Hm. Ja. Das Problem ist, wir müssen das jetzt machen. Weil ich sonst gar nicht... Ich komme gar nicht zurück. Aber hat geklappt. Hauptsache, das wird gespeichert. Aua. So. Das da unten fehlt noch. Mein lieber, mein, 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 Herr Gesangsverein. Oh. Ach so. Ah, ich weiß, wo wir den herkriegen. Das ist ja nett, dass die Türen aufgehen von der einen Seite. So, pass auf. Ne. So, das geht natürlich auch. Ne, das würde ich doch gar nicht. So. Genau. Schön. Und jetzt... Eins. Zwei. Aua. Und drei. Sag mal, noch döver geht's echt nicht, ne? Hab ihn. So. Ich muss einen letzten Studenten nennen, um die Marken zu bieten. Der Mann, der mich verwendet hätte, sollte sich für mich verabschieden, muss sich für mich verabschieden, und für uns alle. Ich dachte mir jetzt schon fast sowas. Oh, was? Aua. Au. Autsch. Ei, ei, ei. Äh, ja, gut. Dann gehen wir da unten einfach rein. Schleiche an den Stalkern vorbei. Ach, nee. Nach. Oben. Ach, leck mich, Spiel. Krass. Ah! Hm. Ich darf aber auch nicht rennen. So ein kleines Problemchen. Was sich da auftut. So, hier, immer ruhig sein, dass sie mich nicht hören. Die dürfen mich nicht hören. Nicht hören. Nein. Ich nicht. Nee. Das war deine Kollegin. Idiotin. Wenn die Nacht fällt, ich packe meine Bladen und schreie auf die Bandits. Ich töne 10, 20, bevor sie anfangen, zu fliegen. Und dann, ich gehe nach draußen, und schreie. Die Schäme bleibt in meinem Kopf, und ich akzeptiere es. Ich muss auch noch da oben hin, wo die jetzt natürlich... Nö, die geht, die geht, alles gut. Nee, die geht nicht. Ach, fuu. Ja, aber gibt keine Auszeichnung, oder? Töte fünf meine Mitte, naja. Flucht. So that's what his eyes up to, lying to us, hiding his mistakes and trying to make us more like those things you know what you must do. Geh zurück to your master and kill him. Ah, guck mal, was ist das denn schönes? Okay, das geht noch immer weiter. Ich dachte jetzt, hier haben wir mal gleich Ende, aber anscheinend sind es noch zwei Level mindestens. Ich mache jetzt erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mark of the Ninja.